Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge VarusWords4 Warte Bist du drauf? Hä? Jetzt Und ja Sagen wir treffen uns erstmal Oh Jo Ich hab vergessen das Take Your Pack rein zu machen Äh Egal Ich mach's schnell rein Wo bist du? Äh Ich bin Warte ich mach kurz das Take Your Pack rein Wollt ja nicht länger So ich bin bei Äh Minus 650 Minus 400 Was? Minus 650 und? Minus 400 Okay Ich bin bei Minus 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 Ich lauf in Richtung Minus 400 Hier Ex Bei der Nade Bei Y sind wir schon gleich Echt? Ja wo bist du der gemarricht ja 450 ich würde irgendwo daneben hier ist aber überall terracotta als legend ich komme zu dir und wir gehen bei dir runter ich bin die Runde um frei zwei komm ich dahin Versuch dich mal nach rechts zu graben, ich glaub du gräbst dich in Terracotta ein. Nein, du bist ein Stein, du bist ein Stein. Bist du da? Hm? Geh dich nicht. Ein Typ, bei dir. Ah, hier. Jetzt wärs, wenns nun jemand anderes gewesen wäre. Hast du noch was zu fördern? Äh, ich kann gar nicht. Äh, grab du weiter, ich bei uns. Oh Scheiße, die wissen jetzt genau wo sie sind. Egal. War ich noch F3? Na gut, die wissen ja, ne. Stimmt ja, meine Aufnahme wird ja gar nicht gezeigt. Soll ich besneaken? Äh, kannst du mal. Hast du einen Ofen? Hast du den mitgenommen von Dorf? Also, wo du beim letzten Mal warst? Oder hast du den nicht mitgenommen? Ich hab auch keinen. Warte. Scheiße, mein Picke war's mal recht. Äh, danke. Sechs Öfen. Ich brenne schonmal hier unser Essen wieder. Ah, Nic. Hast du Kohle? Hast du Kohle? Hast du Kohle, Freddy? Kohle hab ich nur 3. Müß mal finden dann. Muss reichen, muss erst mal reichen. Muss man immer 10 Minuten warten bis zur nächsten Aufnahme? Ja, ich glaub schon, weil Damien hat das gesagt. Wir haben jetzt schon 3 Aufnahmen. Oh, Picke. Werf mal deine zu. Äh, hier. Hast du einen Werkwagen? So. Warte, stell sie dir hin. Ja, egal, egal. Ja dann, ich hab halt keine Picke zu machen. Warte, hier. Ja, egal. So. Hier ist schonmal Kohle. Kannst du ja dann abbauen den ganzen Spaß. Ich baue mich weiter nach unten. Ich guck mal auf Quartz wegen Höhe. Mach das auch. Ich glaub Essen technisch sind wir gut ausgerustet. Ja, am Zuckerrohr haben wir sowieso genug. Ja. Also nur zur Info wegen der letzten Aufnahme. Zwischendrin gab's einen kleinen Fail. Ja. Das ich join konnte und er nicht. Deswegen hab ich ne Panikaufnahme gemacht. Ja. Aber ich wurde dann, also die Folge wurde halt nicht gewertet. Ja. Weil wir auch nicht aufgenommen haben. Und dann hab ich ne Folge, dann wollte ich ne Folge aufnehmen ohne ihn. So, dass wir den Vorschuss ausgleichen können. Aber, ich sag ich hab nicht aufgenommen. Weil der Server-Owner gesagt hat, ja wir machen einen Test. Und dann war auf einmal komplett real die Folgen. Und dann, ja bin ich halt schon rumgelaufen und hab ein bisschen geguckt. Und deswegen hab ich jetzt einen Zuckerrohr. Aber das ist alles abgeklärt. Wir kriegen keinen Strike. Und, ja. Hoffen wir mal jetzt auf das Beste. Ja. So, ich komm runter? Ja, wir können. Warte mal, äh. Wir müssen auf der richtigen Höhe. Ja, warte mal. Wir müssen in die andere Richtung. In die Richtung, wo wir jetzt gegraben haben, ist der Terracotta-Gedöns. Meines Wissens. Und darunter ist ja hauptsächlich mehr Gold und sonst eher beschissen. Hast du grad die ganze Kohle ab? Ja, naja. Ich hab nicht alles abgebaute. Ich hab nur ein bisschen. Gehen wir mal zu den Ölfen. Hä, warum verlieren wir eigentlich? Ich hab nicht abgebaute, ich hab nicht abgebaute die Ölfen. Ach so. Ich, ich, ich dachte, wir verlagern das da unten. Ja, ja, logisch. In die andere Richtung einfach, Graben. Also, in welche Richtung? In die hier, glaub ich. Warte, und die Kohle? Ey, lass mich in die oberen. Ey. Jetzt. Hier liegt auch Kohle drin. Also, in die, wo du Granit meinst, ne? Ach so, in die hier, oder was? Ja? Äh, warte, ich guck gleich. Ne, in die hier. Ach so, da wo wir hergekommen sind wieder. Ja. Okay. Ähm. Aber wir sind auf der richtigen Tier, aber wir sind auf Tierhöhe, ne? Ja. Jupp, zwölf. Sollte reichen. Hä? Hatte ich zwar schon ab... Ich grab rein, du griffst vor, oder? Ja, dann musst du mal kurz zurückgehen. Ja, ich geh zurück. Damit ich... Ich hab nochmal ein bisschen Eisen gefunden, das hab ich reingehauen. Ähm. Es wird... Mein Futter wird grad gebraten. Ja, ich hab so ungefähr 18 Eisen oder so. Ähm. Ich bin ja... Haben wir die Eisenspitzehacker? Ne, haben wir nicht noch. Ne, noch nicht. Äh. Ich mach die Eisenspitzehacker und den Rest machen wir dann für dich erstmal Rüstung. Ne. Ich hab gehört, Simon hat schon... Also, Harald hat schon, ähm... Die haben ja ja... Rüstung. Hat da nicht gesagt, hab ich doch mal Rüstung. Ne, glaub ich nicht. Die haben in 3 Folgen einen D-Ausdruck aufhaut. Ich hab extra das... Ich hab extra das... Ich hab extra das... Ich hab extra das D-Ausdruck. Das D-Ausdruck. Das D-Ausdruck. Das D-Ausdruck. Das D-Ausdruck. Ja, ich hab extra das... Eigentlich soll es doch jemand drauf aufm Server. Ja, Papierwüste. Das D-Ausdruck. Glaub ich mal. Ne, nicht mehr. Die ist runter. Gut, dann brauch ich auch nicht sneaken. Ja, ich mach nicht runter. Dann ist das get-shit. Na gut, ich geh mal noch auf 11 runter. So. Ehrlich? War da? Gold? Na gut, ich sneak trotzdem mal lieber, falls ein Lava-Sehr auf der Höhe kommt. Redstone brauchst du nicht mitnehmen, oder? Maximal viel Level. Aber ich schätze mal... Obwohl... Wir haben ja genug Zuckerrohr. Ich hab glaube ich... Warte... Ich hab auch... 6 Leder. Da gehen auch schon mal ein paar. Ah, okay, das reicht mir grad für 3 Bücher. Ah, okay, das reicht mir grad für 3 Bücher. Ah, okay, das reicht mir grad für 3 Bücher. Oh, Matta. Schon um 5 Minuten? Alter, wie schnell so ne Aufnahme. Ja, du kannst dich... Die 2. Folge ist Eis und die Suche machen... In 2. Folge ist Eis und die Suche machen... Egal... Ich komm dann 3 Minuten vorher zurück und lass es Eis und abgehen, sag mal... Ja, ich hab meins jetzt mal reingehauen. Ich hab mir jetzt ne Iron-Picke gemacht... Ich freue mich gerne. 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 Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das war nur ordentlich. Ist auch schon mal gut. Ich freue mich. Ich freue mich. Klassiker. Ich komme mal zurück. Weil wir haben auch nicht mehr lange. Was war das? Ich habe nichts an Gold oder so gefunden. Gar nichts. ich verliere aber keine keulen du auch aber bei meinen verlierst du trotzdem gar nicht fragt man sich immer woran als gelegen wie viel rapid war noch mal ein normales mal ist okay scheiße ich hab drei ich kraft schon mal das zucker oben brennt eisen richtig hast du schon dein ganzes zeug reingehauen hier denn ich will unten das gold reinpacken ich mache schon mal die die apic und dann werfe ich erst mal nächste hier war es davor damit man es nicht sieht genauso bis zur nächsten folge würde ich da mal sagen ja das war's von der zweiten folge ja